Hallo und herzlich willkommen Zurück, kann man ja eigentlich sagen, zu Bannerlord, Mount & Blade 2 Bannerlord Ich spiele aktuell wieder mein Lieblingsspiel Privat, wie ihr sehen könnt, gestern Abend bis halb zwölf Hab ich ein bisschen lecker gemacht Denn, das Spiel ist jetzt offiziell released Wer gar keinen Plan hat, wovon ich rede, was das für ein Spiel ist Mount & Blade ist eine Reihe Ist jetzt schon der vierte Teil, glaube ich Das ist quasi ein Strategie- und Action-RPG Aber mit einer riesen Sandbox-Welt Das heißt, ihr habt euren Helden oder eure Heldin Im Mittelalter in einer fiktionalen Welt Mit fiktionalen Fraktionen Und da rennt ihr rum Und könnt eure Truppen sammeln Ihr könnt ne Burg haben Ihr könnt Ihr könnt euch quasi, und das meine ich mit Sandbox Ihr könnt euch, ihr könnt machen, was ihr wollt In einer Mittelalter-Welt Also man kann auch Handel treiben Man kann Werkstätten kaufen Man kann Questen ohne Ende Man kann heiraten, Kinder kriegen Man kann wirklich literally alles machen Alles, was ich brauch Und das spiele ich gerade wieder Und warum ich es gerade wieder spiele Also das Game war ultra lange angekündigt Und dann kam es jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren in Early Access Und da habe ich den 24-Stunden-Stream gemacht Wo ich nur in voller Rüstung gestreamt habe War ein riesen Highlight War ein ultra viel Zuschauende Ähm, gibt's auch Best-of-Zusammenschnitte Einfach mal bei YouTube eingeben Hand of Blood, Bannerlord Ähm, da gibt's auch ein Best-of Vom kompletten 24-Stunden-Stream Richtig heftig Und jetzt ist es aus dem Early Access raus Und das Coole ist Also erstmal ist es jetzt bugfrei So gut wie Und worauf man richtig lang gewartet hat Als Mountain Blade Fan Ist, dass jetzt bei Steam Der Workshop inkludiert ist Wo es ultra viele Mods gibt Denn das Also Mountain Blade, die Reihe Ist, glaube ich, das mit Am krassesten gemoddete Game der Welt Also die Historie Die Modderkultur da drin Ist insane Ähm, auch schon bei den vorherigen Teilen Warband zum Beispiel Sind auch meine meistgespielten Spiele Ähm, aus der Reihe Und jetzt kann man endlich Mods spielen Was ultra gut ist Weil es gibt halt auch viele Mods Die jetzt nicht irgendwie auf einmal Das Spiel im Star-Wars-Universum stattfinden lassen Sondern die kleine und feine Anpassung Verbesserung bieten Ich hab zum Beispiel ne Mod Dass ich mit einem Schwertstreich Mehrere Gegner erwischen kann Normalerweise geht das nicht Normalerweise wird der Schlag Vom ersten getroffenen Gegner Quasi abgefangen Aber ich hab jetzt ne Mod Das ist so satisfying So ne Sachen Ähm, und gleichzeitig Gibt es jetzt endlich Achievements Und das macht mir immer ultra viel Spaß Achievements zusammen Ihr seht's Ich hab gerade angefangen gestern Ähm, und ich hab Bock Weil das von mir eigentlich so mit Einer engen Auswahl an anderen Spielen So mit mein Lieblingsspiel ist Ähm, will ich da die Achievements sammeln Und ich hab nen ganz frischen Speicherstand Bin Level 10 Ähm, und ich dachte mir Ich nehm euch da einfach mal mit Und zeig euch so ein bisschen Meinen aktuellen Spielstand Und eventuell könnte man das so ein bisschen machen Wie zuletzt Cosmo Tier Dass ich halt immer mal wieder Wenn ich privat eh gerade etwas spiele Was aber leider eher ein Grinding Game ist Also nicht so ein Matchorientiertes Wie beispielsweise Potato Sondern eins, wo man wirklich stundenlang reingrindet Dass ich ab und zu Euch einfach so ein Update gebe Was so passiert ist Und euch dann so ein Stündchen mitnehme Also Was ist gerade Stand der Dinge Also vielleicht kurz Wer jetzt wirklich gar keinen Plan hat von Mount & Blade Das ist quasi unsere Spielfigur Die rennt hier rum Äh, in Echtzeit Man kann aber pausieren Wir haben unseren Trupp Ähm, da gehe ich gerade viel auf Warum lädt das denn? Auf Cavalry Das heißt, ich hab diese berittenen Truppen Übrigens die leveln auch Ja, dann werden die abgegradet Zu immer besseren Versionen Äh, ich hab zwei Begleiter am Start Das sind quasi Helden Die kann man rekrutieren Und die kann man dann auch selber ausrüsten Generell meine Ausrüstung Ja, ist halt Early Game Da ist jetzt noch nix krasses dabei Ich hab auf Turnieren diese drei Sachen gewonnen Den Helm auch Das Und eigentlich fast alles, was ich trage Hab ich auf Turnieren gewonnen Man kann in Städten Äh, Turniere bestreiten Äh, ich trade sehr viel Das sind quasi alle Sachen, die wir in unserem Inventar haben Ich habe hier schon, äh, früh 33 Esel oder Maultiere Dadurch kann man mehr tragen Dadurch kann man mehr Ressourcen einkaufen Und in jeder Stadt Also das zum Beispiel eine Stadt Hier quasi, wenn ich weit raus scrolle Dann sieht man die ganzen Städte Da sind die Preise überall anders Das heißt, man kann von Stadt zu Stadt reiten Und, äh, Profit machen Mit seinen Handelswaren Ansonsten mein Charakter Geht, ich will viel Schmieden pushen Ihr seht quasi, man levelt nen Skill Ähnlich wie bei Elder Scrolls Wenn man ihn nutzt Ähm, und ab und zu Bekommt man dann so Upgrade-Möglichkeiten Und später kann man halt so legendäre Waffen schmieden Die halt höchst unique sind Supergeil Also man kann auch schmieden Man kann alles Ansonsten gehe ich viel auf Traden Ähm Und, ja, versuche Charm gerade viel zu boosten Weil, ich würde gern die Sylwit heiraten Die, ne? Die will ich gern heiraten Die ist auch schon Ach, ich hab Angst, dass sie verheiratet wird Also die ist auch schon, äh Einigermaßen gut auf mich zu sprechen Wir haben schon uns angenähert Wo ist denn die gerade hin? In Ostikan Schön Ähm, aber ich brauche erstmal ein bisschen Money Damit ich ihrer Mutter sagen kann Jo, ich würde gern heiraten Darf ich? Und dann sagt die Klar, wenn das Geld stimmt, Digga Und da arbeite ich gerade drauf hinaus Man hat einen Clan Und der kann auch leveln Indem man Ansehen gewinnt Leute, das Spiel ist gar nicht auf Deutsch Das ist auch geil übrigens Das Spiel gibt's jetzt auf Deutsch So Leute, jetzt hab ich's Also, das Spiel ist jetzt auf Deutsch Clan So ein bisschen das Makroskopische Weil, okay, man kann alles machen Man kann alles werden Man kann alles sein Man kann Nudel machen kalt Man kann Nudel machen warm Aber was ist denn so ein bisschen das Ziel des Spiels? Makroskopisch betrachtet Sind wir Clan-Anführer Und unser Clan levelt Je nachdem wie viel Ansehen wir haben Ansehen gewinnt man Indem man Schlachten gewinnt Oder Turniere gewinnt Oder einfach nur ein geiler Hecht ist Und wenn der Clan levelt Können wir irgendwann Ähm, unsere Gefährten Die wir in unserem Trupp haben Habt ihr gerade gesehen? Hier, man kann aus Tavernen in Städten Gefährte arrangieren Das sind quasi Helden Ja Und die kann man dann zu Vasallen machen Die dann auch auf der Weltkarte rumrennen Und so kann man quasi seine Armee Ne Es gibt ein Cap Wie viele Leute man haben kann Ich kann gerade 57 Truppen führen Das steigt, wenn man levelt Aber es ist trotzdem immer ein Cap da Wenn man aber seine Helden zu Vasallen macht Haben die auch ihren eigenen Trupp Und so kann man halt seine Gesamttruppe Die kann man alle nämlich zusammenrufen Und eine Armee bilden Und schließen sich alle zusammen So kann man quasi Seine Gesamttruppenanzahl effektiv erhöhen Und dadurch dann wirklich mal schauen Okay, bilden wir ein eigenes Königreich Indem wir Burgen angreifen und erobern Von irgendeiner Fraktion Gibt unterschiedliche Fraktionen Erkennbar an den Farben Oder wollen wir sogar eine Stadt Und dann, ne Kann man sich langsam aufbauen Man kann auch mit anderen Vasallen Die rennen hier überall in der Welt rum Zum Beispiel die Roten Das sind Vlandia Heißt die Fraktion Die haben halt übel viel Vasallen Denen gehören Burgen, Städte Die rennen hier auch rum Die kann man fighten Aber man kann auch mit denen reden Man kann Quests machen Man kann Nudeln machen Gehalten und warm Und die kann man aber auch Zur eigenen Seite Zu unserer Seite Überreden Uns zu join Das will ich sagen Genau Aber das liegt nur im weiterfernen Der aktuelle Plan ist Geld sammeln Steht hier unten Gibt leider keine optimale Sitzposition Weil das Ding ist Rechts unten ist schon am besten Die meisten interessanten Sachen Sind so auf der linken Hälfte Beziehungsweise Es gibt einfach Infos Diesen Licks unten Sehr interessant Hier die Skillung zum Beispiel Aber auch später glaube ich Ja Und rechts unten stehen da nur so Stats Wie so feste Stats Wie viel Leben habe ich Wie schnell ist mein Trupp Wie viel Moral habe ich Wie viel Nahrung habe ich Das braucht man alles Nicht durchgehend wissen Zumindest ihr als Zuschauer nicht Oder Zuschauerin Wir heißen ja alle willkommen Also Der aktuelle Plan ist Ich möchte gerne Gold ansammeln Gold ansammeln Um dann zu heiraten Wir haben zwei Werkstätten gekauft In Garland und in Jakulan Das ist die Stadt Und das ist die Stadt Da bin ich quasi hingegangen Zu einem Händler Man kann auch wirklich in die Städte rein Und dann mit den Leuten reden und so Dann ändert sich auch die Ansicht Gerade ist das ja so eine strategische Ansicht Dann ist das so Third Person Und da habe ich zwei Läden gekauft Olivenpressen Ölpressen Weil die sind besonders Also die werfen mir jeden Tag ein bisschen Gold ab Weil Truppen kosten auch Also man muss auch mit Gold viel arbeiten Und das managen So das heißt hier bauen sich langsam meine Werkstätten auf Olivenpressen Die werden immer besser mit der Zeit Die sind Stufe 1 Und die habe ich gerade erst gebaut Vor drei Tagen Vor einen Tag Ähm Die kommen jetzt langsam in Wallung Ja Ähm Aber vor allem durch Handel will ich Geld Ähm Ansammeln Das heißt ich werde von Stadt zu Stadt reiten Ich mache das jetzt auch mal während ich rede Oh da ist ein Plünderer Die machen wir weg Genau Und während wir von Stadt zu Stadt reiten Werden wir Plünderer angreifen Oder Banditen Ähm Um welche gefangen zu nehmen Die können wir dann verkaufen in den Städten als Sklaven Oder deren Ausrüstung zu looten Können wir verkaufen Also machen wir auch Gold nebenbei Und immer wenn wir in einer neuen Stadt sind Werden wir kurz schmieden So die wollen sich ergeben Ich will die aber töten Äh Angreifen So jetzt seht ihr auch mal Das eigentliche Gameplay sag ich mal Ne Also wenn man dann sagt Yo ich greife was an Dann lädt das Spiel Und dann ist man tatsächlich In einer Action RPG Ansicht Third Person Man kann aber auch First Person switchen Am Anfang kann man ein bisschen sagen Yo wie stehen meine Truppen Aber Das ist fein Dann sagt man Go Und dann kann ich hier mit den F-Tasten Unterschiedliche Befehle geben Aber ich sage jetzt einfach mal Reitet auf die los Und stecht die alle ab Ne Ich habe hier eine schöne Kavallerie Man kann auch First Person Kann auch Field of View natürlich ändern So Und da kommen die Dreckigen Banditen Räuber Whatever Und da reiten wir halt komplett durch Und strechen die ab Okay Ist ein bisschen Gerade hatte ich ein, zwei Freeze Frames Zack Oh Ja Oh Mensch Hier der Zack Oh Wegge Oh der hat einen Arm verloren Ja da habe ich auch eine Mod an Dass die Alle Gliedmaßen verlieren Wenn man die Kritisch hittet So das war's Ja die haben wir weggemacht War ein sehr einseitiger Kampf Ist klar Und das coole ist Nebenbei leveln auch unsere Truppen Ja Die kann ich hier jetzt ab Da steht Einer kann gelevelt werden Von den fünf Zu Na Nenem Wlandischen Recken Das sind die hier unten Zack Und zwei von den Wlandischen Recken Können geupgradet werden Zu Wlandische Bannerritter Oh die hatte ich noch gar nicht Okay Krass Cool Und zwei Plünderer Kann ich gefangen nehmen Und das ganze Equipment Kann ich looten Da sind auch Handelsgüter manchmal drin Oder Nahrung Nahrung braucht zum Beispiel Ein Trupp Um Ja Sich zu ernähren Weil sonst sinkt die Moral Und Ja So läuft das hier ab Also ich renne jetzt oben Zur nächsten Stadt Ab und zu halte ich auch In Dörfern an Weil in Dörfern Kann man auch gut Waren Einkaufen Zwar immer nur sehr wenige Meistens Grob Nur ein bisschen Nahrung Oder halt die Ressource Die in dem Dorf produziert wird Dörfer produzieren nämlich Ressourcen Und das Besondere ist Wenn man in Dörfern Ressourcen Einkauft Dann verändert sich nicht der Preis Während man einkauft Das ist nämlich Also weil Trading Ist hier echt ein Ding Ich verkaufe erstmal die ganze Rüstung Und dann sehe ich schon Weil mein Trading Skill so hoch ist Eine Fähigkeit von mir Umso grüner eine Zahl ist Umso höher ist der Profit Weil das Spiel merkt sich Okay für wie viel Hat der Hennel die Sachen hier eingekauft Und dann kann ich die Mit Schiff gedrückt Immer 5 auf einmal Verkaufen Ähm genau Und dann sehe ich hier Auf der anderen Seite auch Den Einkauf Die grünen Zahlen Äh was ein guter Preis ist Und ich weiß auch schon Aus dem Kopf Was besonders guter Preis ist Das Ding ist Ich bin aber auch krass überladen Das heißt Ich darf jetzt hier Nicht so viel einkaufen Was habe ich denn ganz viel dabei Getreide Trauben Ja die muss ich loswerden Okay Mach ich erstmal okay Jetzt gehe ich in die Schmiede Ähm Und hier Haben wir eben ja Von den Räubern Ne wie hießen sie Haben wir gelootet Eine Hacke und eine Sichel Die kann ich einschmelzen Dann kriege ich Ressourcen Hier unten stehen meine Schmiede Ressourcen Die verarbeitet er daraus quasi Und dann kann ich herstellen Man kann hier komplett frei bauen Man wählt sich hier irgendeine Waffe Wie hier zwei Zwei Hand Stangen Waffe Dann kann ich mir auch Ne Ihr seht Hier sind viele Sachen Noch nicht freigeschaltet Man schaltet quasi Sachen frei Ähm Einzelne Teile Äh Indem man Andere Waffen einschmelzt Oder Bestellung Abschließt Ja aber theoretisch kann ich hier zum Beispiel Umschalten Alles was ich freigeschaltet habe Gut ist echt noch nicht viel Bei einem Und später gibt es schon ein paar Unterschiedliche Sachen Dann kann ich die Länge bestimmen Und die einzelnen Äh Teile der Waffe Designen Und da auch nochmal die Größe anpassen Und so weiter Und je nachdem Sind dann die Stats von der Waffe Würde ich auch anders Aber das mach ich alles noch nicht Weil ihr habt gesehen Ich hab noch nicht viel freigeschaltet Deswegen gucken wir Welche Bestellung gibt es Und die schmieden wir einfach Und oft klappt das nicht Und dann kriegt man wenige Also man verdient dadurch Geld Schmieden als Skill steigt Und man schaltet neue Sachen frei Man kann hier gucken Hier ist jetzt Ja das seht ihr jetzt nicht Aber hier ist jetzt vieles rot Das läuft folgendermaßen ab Man sagt okay Bestellung Das will ein Kunde haben Und hier sollte alles grün sein Man kann jetzt gucken Dass man hier ein bisschen anpasst Dass möglichst viel grün wird Aber das ist oft sehr schwierig Oh okay Immerhin Aber Schwungschaden soll der eigentlich machen Macht der gar nicht Naja So und dann sagt man schmieden Ist nicht so gut geworden Aber hier oben steht Neue Schmiedeteile wurden freigeschaltet Ein Holzknauf für Zweihandstreit Kommt und so weiter Und dann kriegt man weniger Geld Wenn man es nicht so geil hinbekommen hat Aber man wird auch immer besser Umso höher der Schmiede-Skill ist Ja und man verdient ein bisschen Gold Man braucht nur die Schmiede-Ressourcen So Aber das ist jetzt erstmal in der Stadt erledigt Jetzt müsste ich weiterziehen Oder eine Weile hier warten Deswegen mache ich das auch immer einmal Wenn ich in der Stadt ankomme Ansonsten gucke ich auch Man kann bei Turnieren teilnehmen Kriegt man sehr gute Items Wenn man die gewinnt Die Turniere Hier in der Stadt ist aber gerade kein Turnier Ich kann meine Gefangenen in der Taverne verkaufen Für Sklaven Da kann ich auch Söldner anheuern Mache ich aber nicht So und dann geht es weiter zur nächsten Stadt Wo ich hoffe Wo bessere Preise sind Oh wir sind Level ab Dann kriegen wir so einen Fokuspunkt Den Fokuspunkt können wir In eine Fähigkeit stecken Damit die schneller levelt Also der Multiplikator Wie schnell so eine Fähigkeit Gelevelt wird Ist dann einfach höher Seht ihr hier Lernrate Er würde ich einen noch in Führung stecken Achso und das Das maximale Cap Bis wohin man überhaupt effektiv leveln kann Wird auch erhöht Das ist nämlich auch limitiert Je nachdem Wie viele Punkte man in diese Kategorie gesteckt hat Ich bleibe mal links Ich habe das Gefühl Vielleicht ist es sogar besser So Handeln Neustadt Ja Fell kann ich hier gut verkaufen Toll Öl ein bisschen Da kriege ich aber woanders noch besseren Preis Man sieht auch immer so die Rumors Wobei schon ein guter Preis Guter Preis Fische Habe ich glaube ich für 8 eingekauft Also das hier richtig viel Profit gerade Ja das geht für mehr weg Oliven Geil Äh und Datteln Okay aber vor allem Oliven kann ich hier richtig loswerden Geil Gut Dann hier können wir Ihr seht ne der Preis verändert sich umso mehr ich kaufe Weil natürlich dann die Nachfrage und der Bedarf Das passt sich dann an Äh hier Kommen wir ein bisschen Flax Ein bisschen Ton Jetzt bin ich schon wieder Gut beladen Ich könnte aber Ne Das passt So Schmiede Äh Bestellung Zack Kann ich hier ein bisschen was rausholen Schwierig Ja da sind zwei Grün Also eigentlich lohnt es sich nicht finde ich hier viel anzupassen Weil Ist auch immer noch ein bisschen random Ja okay hat nicht geklappt Passt Ähm Arena Gibt es ein Turnier Nein Dann ziehen wir weiter Hier ist ein Dorf Das stellt Holz her Sieht man an der Symbolik daneben Das heißt wir können in die Dörfer gehen Und ich hoffe jetzt Dass die ganz viel Holz anbieten Für einen sehr geringen Preis Okay 30 ist nicht so gering Leider Also schon gut Aber jetzt nicht so ultra wenig Wäre es unter 30 würde ich es einkaufen Und das Besondere hier in Dörfern ist Da verändert sich nicht der Preis Das heißt man kann richtig viel einkaufen Und dann richtig viel Profit machen So jetzt gehen wir nach Sargott Digga Mein Gott Oh Seeräuber Aber für 7 mache ich keinen Fingerkrum Für 7 Seeräuber Sind wir nochmal Level Up Ah ne wir haben eine Fähigkeit freigeschaltet In Reitkunst Also man kann sich jetzt immer Wenn man so einen Meilenstein erreicht hat In der Kategorie Kann man Sich entscheiden welchen Skill man nimmt Man hat immer 2 zur Auswahl Entweder Tierarzt Halbiert die Wahrscheinlichkeit Dass euer Reittier lahm wird Oder stirbt wenn es im Kampf stürzt Okay Ja Pferde können umgesiebt werden Und der zweite Fakt Regierte Siedlungen erhalten 0,5 Wohlstand pro Tag Das ist sehr gut Fest im Sattel ist die andere Fähigkeit Erhöht die Trefferpunkte eures Reittiers um 20% Das ist huge Und die Reittiere der Truppen unter eurem Befehl Haben 10% mehr Trefferpunkte Das ist auch huge Weil ich gehe auf Kavallerie Dann nehme ich fest im Sattel Ja Es gibt auch immer mal wieder Also es sind wirklich sehr interessante Skills dabei Und Fähigkeiten Skills und Fähigkeiten Ist das gleiche Ist eines nur Deutsch Das andere Englisch Ne andersrum Auf jeden Fall In den unterschiedlichen Kategorien Gibt es immer mal wieder so Verbesserungen Da horche ich halt auf Oder meine Adleraugen Gucken da rein Verbesserungen für Kavallerie-Truppen Die man dabei hat Ne Das sieht so Da ist ja mal so ein Skill dabei Eure berittenen Truppen machen 2% mehr Schaden mit Stangenwaffen Also sehr spezifisch Aber so was nehme ich dann mit Handeln Ton Geil Habe ich eben für 9 eingekauft Jetzt hier für 2 weg Hartholz Ne Konnten wir eben gut billig einkaufen Werkzeuge Schön Fisch Weiterhin Schön Okay Was haben wir hier billig Oliven Sehr billig Die haben wir eben Okay Jetzt sind wir schon wieder voll Gut Schmiede Bestellung Ja Mach ich jetzt einfach Ja ist nix geworden Nix geworden Obwohl alles grün war Okay Turnier Ja Turnier beitreten Super So Jetzt haben wir mal wieder was anderes Seht auch mal wieder was neues Ich gehe erstmal ein bisschen davon aus Wenn ihr das Spiel wirklich gar nicht kennt Ein bisschen zeigen Aber trotzdem mache ich das was ich eben machen würde Also hier ist der Turnierbaum Wir gewinnen ein königliches Schlachtrost Wenn wir das Turnier schaffen Und wir können auf uns setzen Hier sind wir aber erstmal nicht gefragt Runde überspringen Runde überspringen Da sind wir drin Jetzt können wir sogar auf uns wetten Das machen wir safe Und dann trete ich bei 2 gegen 2 Ist immer random welche Waffe man dabei hat Ich starte mit einer Armbrust Ich versuche den Nahkämpfer früh rauszunehmen Geil Jetzt habe ich noch einen Armbrustschützen dahin gehittet Also es sind unterschiedliche Runden Oh den hat er Man hat dann unterschiedliche Waffen oder so am Start So hier wette ich wieder auf uns 4 gegen 4 Und wir haben eine sehr gute Stangenwaffe Eine Hippe Oh shit Ja den würde ich zuerst mal wegmachen Scheiße Eieiei Das läuft nicht gut Okay mache ich erstmal die weg Fuck Oh Oh ich bin fast down So der muss jetzt aber weg Oh Schön So jetzt der Scheißreiter Kommt er Will er Oh der will ihn Oh scheiße Ja So Schön Das hätten wir Jetzt wetten wir wieder auf uns Und rein Das ist ein 101 101 sind so easy Das sind auch Guck mal Romund heißt der Das sind dann Irgendwelche Lords Die auch generell beim Turnier mal mitmachen Ja Irgendwelche Basallen von irgendwelchen Königreichen So weg Und Finale gegen Fornha Fornha Boah den hab ich umgesemst Ist manchmal ein bisschen awkward Auf Pferd So jetzt haben wir Königliche Schlachtrost gewonnen 900 Gold weil ich auf mich gewettet hab Und 3 ansehen Das ist geil Es gibt ein Achievement Dass man 100 Turniere gewinnen muss Deswegen nehme ich alle Turniere mit So Dieses königliche Schlachtrost Entweder wir nehmen das selber Und reiten darauf Dafür brauchen wir aber einen hohen Reitskill Oder wir verkaufen es für Also Pferde sind arsch viel wert Ja Wir können es nicht reiten Braucht 80 in Reitkunst Wir haben 50 Aber das ist 17.000 wert Das ist insane Das wird direkt auf den Kopf gekloppt Woanders finden Ja gibt es vielleicht bessere Preise Ja hier sind die Pferdepreise recht low Ich guck mal in einer anderen Stadt So Schmiede hatten wir ne Ja ja Huch Jetzt hab ich irgendwas hergestellt Upsi Okay Weiter geht's Nach Jakulan Und ich hoffe meine Scheiß Olivenpressen Geh mal langsam in Wanderung Was ist denn Garlind los? Hat er keine Hat er keine Oliven? Aber in Jakulan gibt's schon Gas 90 pro Tag Würde mal gegengerechnet Ne ist klar So Handeln Hartholz Ja 38 ist ein guter Preis Ton Sehr guter Preis Trauben Guter Preis Da muss ich Die muss ja auch loswerden Ich hab so viel Fisch Sehr guter Preis Getreide Sehr guter Preis Kann ich für 5 teilweise einkaufen Das ist Verdoppler Ja hier ist auch 17.000 weg Dann jetzt weg damit So In Jakulan Ist glaube ich meine Holden Maid Ne die Mutter von meiner Holden Maid Mit der rede ich mal Jo ich will deine Tochter heiraten Geht nicht Geht nicht Heiratsbündnis Meine eigene Hand In Ordnung Automatisches Angebot Reicht nicht 38.000 Aber vielleicht können wir für sie ne Quest machen Dann Man hat nämlich auch Verhältnisse zu allen Zum Beispiel das Verhältnis hier zu ihr ist jetzt 2 Also es geht im Minusbereich und im Plusbereich Das ist relativ neutral 2 Wir können ne Quest für sie machen Ich habe ein Problem Thomund Ein Jungen aus meinem Clan Ist in die Stadt gegangen Um sich mit Saufen Hurerei Und Glücksspiel zu vergnügen Das tun viele junge Männer Doch er war scheinbar etwas fahrlässig Er sagt er schulde Brunner Brunner der Hammer Einem Bannanführer aus Galen Eine hohe Summe Diese Grobiane Beherbergen ihn in ihrem Haus als Gast Bis jemand seine Schuld bezahlt Ich bin nicht gewillt Die Schuld zu begleichen Ich werde diese Gesetzlosigkeit Nicht auch noch belohnen Wenn nicht einmal die besten Familien sicher sind Ich habe dem Fürsten von Garland Eine Nachricht überbringen lassen Doch ich erwarte keine Antwort Schließlich herrscht Krieg Ich suche jemanden Der sich dorthin begibt Und den Burschen befreit Gewiss ihr könnt einfach bezahlen Aber es wäre mir lieber Wenn ihr den Schwein eine Lektion erteilt Ich bezahle euch auf jeden Fall Doch wenn ihr Gewalt anwendet Könnt ihr natürlich mehr behalten Okay Ich befreie euren Verwandten Okay Das heißt Ich soll Nach Garland Das machen wir mal Und da ist ihr Homie Der wird da gefangen gehalten Als Geisel Den Kloppen wir raus Vielleicht ganz interessant Inventar Wir haben auch eine Zivilbekleidung Und auch da eine Waffe Ja da habe ich mich noch gar nicht Upgradet Weil wenn wir in Städten oder so unterwegs sind Sind wir immer in Zivilbekleidung unterwegs Also mit wem soll ich reden Brunner der Hammer Das ist eine Dame Mit der reden Die besuchen wir Dann werden wir in die Stadt teleportiert Wir können einfach in die Stadt Uns zum Tor begeben Und dann selber reinlaufen Und alles angucken Aber so geht es schneller Wenn man die oben einfach anwählt Und dann direkt zu denen gelangt Dann stehe ich direkt bei der So die ist eine Bandanführung Das ist jetzt tricky Ich habe auch nicht gespeichert Scheiße Ich bin wegen des Jungen hier Thomund Ihr wisst wen ich meine 2000 Ich komme wieder So Ich speichere jetzt erstmal Ich gehe nochmal raus Man kann in Städten nicht speichern Man kann nur auf der Strategiemap speichern Weil das kann sehr schief laufen Speichern So Jetzt hauen wir ihr aufs Maul Es kann sein dass die Alle Leute in ihrer Umgebung ruft Und die mir dann aufs Maul geben Oder so Also one on one gewinne ich gegen jeden Egal wie gut er equippt ist Weil ich einfach auch sehr gut im Blocken Und so weiter bin So Es wäre in eurem Interesse Den jungen Adling gehen zu lassen Ah jetzt können wir sie versuchen zu überreden Das ist gut Dann steigern wir Das ist gut um unseren Skill Charisma zu leveln Ne heißt anders Egal Hier steht immer zu wie viel Prozent Ist actually gut dass ich auf der linken Seite sitze Zu wie viel Prozent es klappt oder nicht Ineffektiv Scheiße Okay zweite Runde Fünf Prozent kritisch gut Oh Erfolg Ineffektiv Okay dann gibt es jetzt aufs Maul Keine Ahnung Denkt ihr es wäre einfach die Straßen einer Stadt zu beherrschen Ihr unterschätzt uns Kommen wir zum Geld Nein Aber ich kann den nicht aufs Maul geben Na gut 13 Fertigpunkte in Ausstrahlung Ausstrahlung ist das was ich meine 13 Fertigpunkte Und Ansehen um 6 gestiegen Bei der Katalyt Warte mal ich hab 13 in Ausstrahlung bekommen Das ist ja ultra viel Ich hab einfach 13 Punkte bekommen Krass Holy shit Ja und damit habe ich einen neuen Skill freigeschaltet Redekunst Ihr erhaltet plus ein Ansehen und Einfluss für jede gelöste Aufgabe Nee ich will nicht so Quest greinden Zweiter Fakt Jedes Mal wenn ihr Den Trupp eines feindlichen Fürsten bezwingt Verbessert sich euer Verhältnis zu einem zufälligen Honoratioren Aus eurer Fraktion um plus 1 Was ist ein Honoratior Ist das komisch übersetzt Honoratio 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 Huch Honoratiorem Standespersonen In kleineren Orten Also ich glaube es sind die Leute die in Städten leben Händler Oder Ach nee Leute in den Dörfern wahrscheinlich Geil dann kann ich mehr Truppen immer bei denen rekrutieren Nachrekrutieren Was ist das andere Kriegsfürst Ihr haltet 30% mehr Einfluss aus Schlachten Ja das ist es Jedes Mal wenn ihr in den Truppen Gleicher Effekt Nee Verbessert sich euer Verhältnis zu einem zufälligen Fürsten aus eurer Fraktion plus 1 Ja das ist besser Ja Ähm Handel Oh lol das Holz geht hier für 50 weg Maschallah Und Leinen Sehr gut Okay jetzt können wir mal neu einkaufen Fisch sehr billig Oliven ultra billig Machen wir voll Schmieden Schnell die Bestellung abhaken Das hat sogar geklappt Nice Und hier habe ich nicht genug Holz Okay ich habe kein Holz mehr Klar das habe ich gerade verkauft Ich bin schon wieder gelevelt In Schmieden Ja in Schmieden Geil Steigert das Tempo in dem wir einschmelzen Ah ja Die Wahrscheinlichkeit ist um 100% erhöht Dass wir neue Teile freischalten Wenn wir was einschmelzen Das ist ultra gut Da kommt es sehr drauf an So jetzt gehen wir an der Jakulan Und reden nochmal mit Katalyt Ich will deine Tochter heiraten Bitte Ich möchte bitte Kurz nur handeln Ja umso näher die Oh 15 die Fische weg Das Verdoppler Fast Getreide auch wieder So teuer Geil Öl Sehr günstig Nice Leder Für 300 geht das teilweise weg Krass Okay Gehen zur Festung Reden mit Katalyt Moin Ich würde gerne deine Tochter mitnehmen Meine Hand In Ordnung Passt Ist grün Rein Ja Ich heirate Sylwind Ob sie will und nicht So war das damals Sehr gut Ja ich bin Hühne Das Ding ist Warum ist das gut Pass mal auf Tauschangebot Angenommen Steht oben Geil Also erstmal Ausstrahlung Wieder viel gelevelt Nice Alter ultra viel krass Ich erkläre erstmal Warum das gut ist Wir haben jetzt Eine Frau Die joint Unserem Clan Und die kann ich auch als Vasall Einsetzen So und ich wollte sie Weil sie ultra hohe Attribute hat Silwind ist mit die beste Frau In 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 Bennerlord Die hat ultra gute Attribute Also allein 100 Führung 80 Handel Das heißt die kann man auch auf eine Karawane schicken Notfalls 100 100 Vogt ist ultra gut Vogt ist ein Skill Wenn wir sie Also man kann auch Stadthalter dann einsetzen bei den Städten Und dann kann ich sie zum Beispiel in meine Stadt einsetzen Die verwaltet dann meine Stadt Das macht die ein ultra gut Also die ist toll Kann man überall einsetzen Und hat heftiges Equipment Was ich mir geben kann So warte mal Wo ist sie denn jetzt Ich würde sie gerne in meinen Trupp nehmen Tamina Oder ist sie jetzt in meinem Trupp Ne ist sie nicht Die kann ich mal umsortieren Ne die Helden sortiere ich mal hoch So Aber ich dachte die ist in Jakulan Ne die ist woanders Egal wir leveln erstmal Ausstrahlung Nächster Skill Chance von 20% Einen kritischen Fehlschlag beim Überreden zu vermeiden 5%ige Wahrscheinlichkeit pro Tag Das Verhältnis zu einem zufälligen NSC NPC Mit negativen Verhältnissen zu euch In der Siedlung zu verbessern Ne das brauche ich gar nicht 10% bessere Chance auf Doppelüberredungserfolg Das Verhältnis zu mächtigen NSCs Aus der Siedlung Verbessert sich mit der Zeit Und es muss nicht negativ sein Okay das ist viel besser Geil Zack So ich glaube Wo ist sie? Steht immer dran Bleibt in Orcs Hall Das ist hier oben die Stadt Ne Es also Den Vorgänger Mountain Blade Bannerlord Ne Vorvorgänger Habe ich ultra viel gespielt Und da gab es so Herr der Ringe Mod Richtig krasse Richtig richtig krasse Herr der Ringe Mods Junge habe ich da reingesucht Das hat so Bock gemacht Alter Das einfach in Mittelerde Dann habe ich so meine OKs produziert in den Städten Und bin dann in Schlachten gegangen Und zwar übelgeil Generell später Die Schlachten sind riesig Hunderte von Truppen Ballern sich in die Fresse Einfach nur geil So wo bist du? Sie ist weg Taverne? Da Held im Trupp Übergeben So Handeln Oh Leder 400 Alter Krass Oliven Ja Die habe ich glaube ich für 11 eingekauft Das ist ein guter Preis Geht aber auch für mehr weg Hier Getreide für 8 Ne Den besseren Also erstmal Hier können wir richtig viel Holz einkaufen Hier auch Das Dorf produziert ja Holz Ah es ist teuer Teuer Okay dann Können wir hier noch schmieden? Die Aufträge Genau Zack Geil Hat geklappt Wird auch manchmal das Verhältnis verbessert Zu den NPCs Die einem die Aufgaben geben Ähm Gut Arena Turnier Geil Welche Belohnung gibt's? Also Pferde sind immer am besten Weil die bringen Gottlos viel Geld Wenn man die einfach verkauft Oder man nutzt sie selber Oder man gibt sie den Helden Ein Schwert Ein sehr Kurzes Schwert Na 98 Aber es ist Waffenrang 4 Das heißt wir können es einschmelzen Und das gibt sehr viel beim Schmieden Okay Junge Alter 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 Gut dann setzen wir nochmal auf uns Brauchen nämlich Geld Rein geht's Armbrust Ah Treffer Einfach den niedergestreckt Krass Oh Den hat zerballert Okay Ich nehme mal die Hippe mit Ein Schild wäre gut Hier gibt es kein Schild Geduckt Der ist gut Ach scheiße Ist echt gut Die ballern beide auf mich Treffer Tamina Oh sie hat auch beim Turnier mitgemacht Naja Daneben Zack Der war auch einer aus meinem Trupp Zerrissen Ne doch nicht Aber den Komm Ah daneben Shit Okay jetzt Lanze anlegen Das macht richtig hohen Schaden Ah leider daneben Man kann halt da nicht so gut steuern Aber Der Schadensmultiplikator Ist dann insane Und rein damit Und rein Oh Alter Ja Oh den hat er Abgeholt Zack Ja wir gehen jetzt mal in den Das geht schneller Je nachdem welche Richtung man noch angibt Oh Zwei rote Das ist aber nicht gut Jetzt stirb doch Bitte Schön Zack Alter richtig in die Fresse Junge Geil Kämpfen ist auch so geil in dem Game Zack Zack Schön die Headshots Jawohl So Jetzt gibt es ein 1-1er Oh schön mit der Hippe Okay Wo schlägt der Je nachdem In welche Richtung man die Maus lenkt Oh shit Hat er durchgebrochen Zack Er schlägt man aus der Richtung Wenn ich die Maus nach links bewege Schleich von links Beim Blocken auch genauso Und so weiter So finale Gegen einen aus meinem Truppen Held Was fällt ihm ein alter Gönnen Gib auf Sein Pferd hat auch passiert Ja komm Ja Speere Ist immer ein bisschen tricky So den haben wir Turnier gewonnen Das Schwert kann man direkt einschmelzen Wir kriegen ein bisschen ansehen Dadurch levelt der Clan Wenn wir Clan rank 2 sind Man will immer den Clan leveln Das ist das oberste Ziel Weil man hat dann viel mehr Möglichkeiten im Spiel Aktuell kann ich nicht mal eine Burg haben Oder eine Stadt Weil mein Clan level das einfach noch nicht zulässt Also theoretisch geht das Aber So einschmelzen Morgenbrecher Und weg damit Geil Schalten wir schön Sachen frei Sehr gut Okay So jetzt gehen wir in die Stadt Bravent ist immer Eine richtig gute Stadt Um Nahrung einzukaufen Und wir haben irgendwas nochmal gelevelt Stangenwaffe Angriffe mit Stangenwaffen Die das hier aus dem Sattel stoßen können Ignorieren 15% Widerstand gegen Absitzen Infanterietruppen in eurer Formation Vor so ein 10% mehr Schaden gegen feindliche Kavalerie Stichangriffe mit Stangenwaffen Ignorieren 25% Widerstand gegen Umwerfen Erhöht die Milizrekrutierung In regierten Siedlungen um 0,5 Das nehmen wir mit Also ne es gibt eine Wahrscheinlichkeit Dass Stangenwaffen zum Beispiel die Hippe eben Gegner auch wirklich umwirft Ohne dass die killt Das ultra gut Weil dann sind die quasi wehrlos am Boden Äh so schmieden Zack Hat die klappt Toll Es gibt halt 10 Millionen Teile Also wirklich Guck euch das an Einhandschwerter Allein die Klingen Ist wirklich heftig Macht auch ultra boxig So später Ne richtig geile Waffe selber zu schmieden Die auch dann echt krasses Stats hat Ne Ah sehr gut Genau Ich wollte noch ein paar Maultiere Einkaufen Aber so dass ich keinen Geschwindigkeitsmalus habe Durch Herde Weil dadurch Äh erhöht sich Die maximale Traglast Die ich haben kann Alter Ich kann ja richtig viel Noch dazu haben Herde Okay Dann mach ich mal eins zurück Noch eins Noch eins Noch eins 0,2 Ja passt So Jetzt können wir mehr einkaufen Hier Getreide 5 Rein damit Und ordentlich Fisch So und jetzt vielleicht die teuren Sachen Hier Wein Öh nee Das ist schon auch teuer Ich will ja in der Region bleiben Deswegen sind manchmal die Werte trügerisch Na dann nehme ich viel Äh Getreide einfach mit So Oh Ich hab nicht genug Geld Ja dann Verkaufen wir ein bisschen Flax Und geben ein bisschen Getreide zurück So Dann rennen wir jetzt runter Ja und äh die Dynamik hier auf der Oh 23 Waldbanditen rein da Die müssen wir abholen Weil die haben auch gutes Equipment dabei teilweise Das gibt dann richtig Cash auf dem Markt 23 ist gut Und so weiter das Spiel voranschreitet Umso größer werden alle Gruppen Also alle Banditen Und was weiß ich Wird alles ein bisschen schwerer Das riecht nice So angreifen Waldbanditen sind vor allem Bogenschützen Das heißt wir rennen die richtig weg Mit unserer Kavalerie Aber ich glaube das Terrain ist jetzt auch im Wald Oder Angriff Oh schön Hügel runter Gut Dahin sind sie 90 Meter 80 Nur Zugriff Leute So und jetzt macht sie weg Hahaha Werden alle abgestochen Zack Zack Und Schwert wechseln Na komm mal her Oh der ist krass Warum hat der so ein Helm Oh Scheiße Du dummes Sau Der wehrt sich nicht Schön Oh Level ab Geil Ja gibt gute EP Wenn man Leute abmurkst So jetzt gibt es richtig viel Equipment Das ist auch richtig gut was wert Guck 300 Können jetzt vielleicht auch Ja Termin hat krasses Equipment Theoretisch können wir das einfach uns geben Aber ich will ihr das jetzt auch nicht wegnehmen Also ich Bin ja auch ein Gentleman So er hier ist ganz gut Den würde ich noch Equipment Auch wenn es peinlich aussieht Du bist jetzt erstmal ein Bandit Schild wäre vielleicht wichtig Schöner Hut Schöne Hände So Rest nehmen wir mit Zack Das war gut Gibt auch Ne Also wir leveln auch unsere Truppen dadurch Ist halt auch wichtig Ne So hier Wieder die Ritter upgraden Nice Ähm Oh Richtig schön level ab Wieder ein Fokuspunkt Hauen wir mal eine Stangenwaffe Weil dann kann ich das überhaupt wieder erst leveln Und wir haben sogar einen Attributspunkt Da wird alles in der Kategorie geboostet Ich glaube das würde ich hier in Ausdauer machen Ja So dann zur Stadt Garland Geil Ja schön Progress Ist doch nice Ja Also Dementsprechend Was ist das für eine blaue und rote komische Dementsprechend Bisschen Grinding natürlich Aber es ist sehr satisfying Wenn man dann den Progress macht Macht einfach sehr viel Spaß Also mir macht es ultra viel Spaß Ich liebe das Spiel Oh Alter Das Leder ist ja Also wirklich Gold wert Krass Bögen und Pfeile verkaufen Die kann man nicht zerlegen in der Schmiede Hier gibt es nochmal Käse Sehr billig Fleisch auch Sehr billig Umso mehr Nahrungsart man im Inventar hat Umso höher geht auch die Moral unserer Truppen Öl sehr billig Wein sehr billig Die Zalummenschuhe bitte wieder weg Ganz unten So Wir haben zu wenig Geld Scheiße Ähm Dann hau ich noch Leder weg Zack So Schmiede Da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen Geld verdienen Umso besser man da wird Umso mehr Geld verdient man da natürlich auch Einschmelzen Fertig Äh Gefangene verkaufen Äh Turniere nicht Dann geht's weiter Cool Ähm Ich patrouille ich patrouille hier gerade sehr in der Region Das Ding ist wenn man eigentlich über die ganze Welt patrouilliert Ist das als Händler ist das als Händler sogar fast besser Weil die Sachen dann richtig unterschiedlich sind im Preis von Region zu Region Ich glaube das würde ich jetzt mal machen Ich glaube das würde ich jetzt mal machen Ähm Wir haben hier wirklich Wir haben hier wirklich Normalerweise passiert hier nicht viel Wieso habe ich so wenig Leben Scheiße Okay die beiden da drüben sind auch fertig Ich bin jetzt wieder full life Nee Warum bin ich Warum bin ich so low Haben wir Ich weggemacht mit der hippe Oh Ja von oben Ist risky Weil da können die auch den Block durchbrechen Und dann könnte ich ein One-Hit sein bei meinem Leben Oh das ist auch risky Ah nochmal hinterher Zack den haben wir Und Finale Oh das ist sehr angenehm Schild und Schwer ist am besten Weil das kann ich nicht verlieren Ich block einfach jeden Schlag Und hau dann zu Weil danach ist man immer Timing-technisch eher dran So Dann haben wir jetzt ein heftiges Pferd Und wieder keine Goldprobleme Geil Verkaufen wir schön Später ist auch so heftig Also später hat man halt So 200 Leute In seinem Trupp Und Dann ist man eigentlich auch durchgehend Mit anderen Fraktionen Immer im Krieg Übel viel Burgbelagerung Junge Burg und Stadtbelagerung Sind so nice in dem Game Ähm Und das heißt Man hat einfach ultra viele Schlachten Und man kriegt die ganze Zeit So heftig Loot Weil man immer prozentual Von den besiegten Truppen Deren Ausrüstung kriegt Und umso höher Dieser Wert ist Gaunerei Umso mehr kriegt man So Äh Was kaufen Butter und das nehmen wir mit Auch wenn es nur eins ist So Sargott Mein Gott Gehen wir auch noch rein Handeln Äh War ein guter Preis Ja Ansonsten Können noch ein bisschen was einkaufen Ich gebe mir ein Chiefman Dass man 100 Butter im Inventar haben soll Käse auch günstig Wolle auch Wolle Petri Bestellung Komm jetzt können wir drei machen Ich ratter das hier durch Anstatt dass ich da irgendwie rumpope So Jetzt gehen wir mal In den Süden Ich glaube da ist so Wein und Öl Ultra viel wert Ich weiß nicht mehr genau Also es ist immer natürlich abhängig Was für Dörfer da sind Und was die Dörfer dort produzieren So Aber ja Dann komme ich hier auch mal ein bisschen rum Vielleicht gibt es hier ein paar mehr Banditen Da mal irgendwo oder so Sag mal meine Meine Warum Was ist denn in Garland los? Warum wirft das nichts ab? Hm Gute Frage Gehe ich mal offline Auf den Grund Äh Schmieden Zack Handeln So Oh Flax ist hier richtig teuer Du willst mich doch flaxen Wolle auch guter Preis Fälle ist okayisch Hier Öl Ja ja Oliven auch guter Preis Trauben auch Käse auch Und Datteln So das lief schon mal gut Bier ist hier recht günstig Eisenerz auch Werkzeuge auch Sehr günstig Äh die Werkzeuge nehme ich mit Äh die Werkzeuge nehme ich mit Und das Eisen Und das Bier ein bisschen So Okay Dann jetzt zu den Aserei Die sind so arabisch angehaucht Die Fraktionen sind alle so ein bisschen Inspiriert Zum Beispiel hier in der Mitte sind so Römerartige könnte man sagen Die sind eher so Zentraleuropäisch Oben gibt's so Wikingerartige Und so weiter Gibt auch so Eine Art Mongolen Okay Oh ja Einfach Verdoppel Fell auch gut Wolle gut Trauben gut Ja das würde ich komplett verkaufen Ähm Trauben auch echt guter Preis Fisch ein bisschen Datteln sehr günstig Holz auch günstig Jetzt sind wir schon wieder voll Schmiede Ja und ich stelle mir vor so Der nächste Part ist natürlich dann anderes Gameplay Weil ich dann mehr Progress habe Ja weil ich dann Äh Schon vielleicht Einen eigenen Also der Clan ist dann schon Höhere Stufe So die würde ich Da würde ich meine Leute Einfach mal ins Feld Schicken Das geht auch Na hab ich zwei Verloren Ja deswegen nie machen Ey das ist so pain Man verliert einfach zwei Von denen Das ist doch scheiße Das Na gut bei 24 Ja eigentlich passiert das nicht Das ist schon echt Quatsch Okay Hat auch keiner gelevelt Das ist irgendwie Also simulierte Schlachten am Anfang Wirklich sehr Bad Je nachdem wie viel man In Taktik levelt Äh wird das besser Ist halt auch so ein Skill Okay Ja genau Also beim nächsten Mal Hab ich dann vielleicht schon Irgendwelche tollen Fragt Äh Oh Jemand will Äh Bruder oder eine Tochter Von mir heiraten Heftig Alter Getreide ist ja giga günstig Heftig Oh Scheiße Naja egal Äh Ja ein bisschen Öl Oh Werkzeuge Richtig teuer Alter geil Sehr gut Ähm Ja dann würde ich hier Richtig viel Getreide kaufen Okay So super viel geht gar nicht Cool Nochmal die Bestellung hier Toll Toll So und jemand will hier Heiraten Ein Bote von Farfen Dem Oberhaupt des Clans Sonst was ist eingetroffen Er schlägt eine Heirat Zwischen seinem Clanmitglied Slatka Und Nogant Vor Äh Ist Nogant Mein Bruder Oder meine Schwester Ich sag mal ja Ich hoffe ich hab jetzt Keine Scheiße gebaut Nogant Nogant ist mein Bruder Sehr gut Dadurch ist jetzt Slatka Als Charakter Unseren Clan gejoint Weil ne Die weibliche Person Joint immer dem Clan Und dadurch haben wir Potenziellen Vasallen mehr Richtig nice Okay So Dann Ausstrahlung ist dadurch Übel hochgegangen Erhöht die Verhältnis Den Verhältniszuwachs Dem anderen Geschlecht Gegenüber Zweiprozentige Wahrscheinlichkeit pro Tag Das Verhältnis zu einem Zufälligen Honoration Des anderen Geschlechts In der Siedlung zu verbessern Erhöht das Verhältnis In dem selben Geschlecht Ähm Ja ist scheißegal Da ist ja grob wie gesprungen Okay Gut Leute Dann erstmal bis dahin Stündchen reingezockt Beim nächsten Mal Solltet ihr Interesse daran haben Ähm Denke ich Sind wir schon Ne ist gerade sehr grindy Ich will Gold sammeln Ich will meinen Clan Leveln Theoretisch Weil ich jetzt sogar Geheiratet habe Wäre so ein bisschen Der nächste Step Da ist ich die Schwänger Dafür muss ich mit der Ach die ist schwanger Super Ähm Ne warte mal Warte Ach Schwägerin Junge Ich bin ja komplett besoffen Ähm Damit muss ich Da muss ich mit Tamina Einfach in irgendeiner Stadt Oder Burg chillen Ein paar Tage Dann wird die schwanger Klar Ähm Und dann würde ich Tatsächlich Ähm Bei den Vlandiern Mich als Mit dem Anführer sprechen Der Fraktion Und Söldner werden Und dann Ziehe ich für die In die Schlacht Weil ich will glaube ich Jetzt viele Gefechte machen Damit ich den Clan Schneller level Weil wir haben ja auch Die Skillung jetzt In der Folge hier Freigeschaltet Dass ich 20 oder 30 Prozent Mehr Ansehen bekommen Aus Schlachten Dementsprechend würde ich Da ultra reinholzen Ja 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 Das habe ich verstanden Okay Das war's Bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020